Stute, die wir ebenfalls auch schon einige Male miterlebt haben. Vadrouille d'Avril unter dem Franzosen, unter Olivier Robert. Ebenfalls sehr, sehr schnell. Ganz, ganz blutgeprägtes Pferd, welches wir hier haben. Zwar im Celle Francais eingetragen, aber Vater Papayan, Anglo-Araber, ebenfalls auch die Mutter, Anglo-Arabisch. OX-Blut dann weiterführend, also ein Zeichen dafür, wie wertvoll nach wie vor Blut ist. In diesem Falle Blut aus Frankreich kommend und auch im Erscheinungsbild, wie wir das jetzt hier sehen, einfach sehr, sehr im Blut stehendes Pferd. Und darüber hinaus aber... Ciao.